Liebe Zuschauer, willkommen zu einem weiteren Infovideo zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Am Dienstag, dem 31. Mai 2022, wird der britische Entwickler Duftail Games das DLC Spirit of Steam für Transomware 2 veröffentlichen. Dieses DLC wird die ersten Dampflokomotiven für Transomware 2 beinhalten. Und diese beiden Dampflokomotiven wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Wir beginnen zunächst mit dem Namen und der Radkonfiguration beider Dampflokomotiven. Enthalten sein werden die LMS Starnia Jubilee Class 4-6-0 sowie die LMS Starnia Class 8 F2-8-0. LMS steht für London Midland in Scottish Railways. William Starnia war der Entwickler bzw. Designer dieser beiden Dampflokomotiven. Die Zahlen 4-6-0 bzw. 2-8-0 stehen für die Radkonfiguration beider Dampflokomotiven. Dies entspricht dem Wide-Nummerierungssystem, welches vom deutschen UIC-Nummerierungssystem doch deutlich abweicht. Die erste Zahl steht immer für die Leading Wheels, die führenden Räder. Die zweite Zahl für die Driving Wheels, die Antriebsräder. Und die letzte Zahl für die Trailing Wheels, das sind die nachlaufenden Räder. Entscheidend sind hier vor allem immer die mittleren Zahlen, welche Auskunft über die Driving Wheels bzw. die Antriebsräder gibt. Die Lokomotive Jubilee Class hat hier insgesamt sechs Antriebsräder. Die Lokomotive Class 8 F sogar acht Antriebsräder. Gezählt werden hier die Räder, nicht die Achsen. Auch die Anzahl der Räder im Tender spielen hierbei keine Rolle. Dieses Nummerierungssystem wird vor allem in Großbritannien und Nordamerika angewendet. Auch gibt es Nummern, an denen Ende noch ein Buchstabe zu finden ist, welcher dann nochmals Auskunft über die Art des Antriebs gibt. So zum Beispiel die E für Diesel-Lokomotiven oder eher für Velcar, was einem im deutschen Sprachgebrauch Triebwagen entspricht. Wir beginnen mit der Lokomotive LMS Stania Jubilee Class. Diese Lokomotive wurde in den Jahren 1934 bis 1936 in Großbritannien entwickelt. Die Lokomotive ist ausschließlich für den Einsatz im Passagierverkehr gebaut worden. Insgesamt entstanden in den Jahren 1934 bis 1936 191 Lokomotiven. Die Lokomotiven waren vor allem auf der West Coast Mainline sowie auf der Strecke Seattle-Carlysle im Einsatz. Gelegentlich sah man sie auch mal vor dem Wolfsgaard zwischen London und Derby. Sie zog vor allem Expresszüge, welche ihren Start bzw. Endpunkt am Bahnhof London St. Penkwitz hatte. Die Lokomotive hat eine Länge von 19,73 Metern. Ein Gewicht zwischen 80,83 Tonnen bzw. 89,1 Tonnen je nach Ausführung. Der Tender wiegt zusätzlich nochmals zwischen etwa 55 Tonnen. Die Lokomotive wird mit Kohle beheizt und kann 9,0 bis 10,1 Tonnen Kohle laden. Die maximale Wasserkapazität bei der Lokomotive liegt auch je nach Ausführung zwischen 16.000 bis 18.000 Litern. Die Lokomotive erreicht eine Anzugskraft von insgesamt 118,4 Kilonewton. Die Lokomotive wurde eingesetzt bei den Eisenbahngesellschaften LMS, London, Midland & Scottish Railways sowie bei der British Railways. Die Lokomotiven wurden in den Jahren 1960 bis 1967 ausgemustert und dann durch modernere Diesel- oder Elektro-Lokomotiven ersetzt. Erhalten geblieben sind aktuell noch vier Maschinen, welche wieder aufgearbeitet wurden. Und die zweite Lokomotive ist die Güterzug-Lokomotive LMS Starnier Class 8F. Diese Lokomotiven wurden in den Jahren zwischen 1935 und 1946 gebaut. Insgesamt entstanden hier 852 Lokomotiven. Die Lokomotive war vor allem für den Betrieb von langsamen, schweren Güterzügen geeignet, da sie ja eine zusätzliche Antriebsachse hat. Die Lokomotive hat eine Länge von 19,2 Metern, ein Gewicht von 72 bis 80 Tonnen und wird auch mit Kohle befeuert. Insgesamt kann auch diese Lokomotive 9 bis 10,1 Tonnen Kohle laden und 8.000 Liter Wasser. Die Starnier Class 8F hat sogar eine Anzugsgeschwindigkeit von 144,3 Kilo Newton und damit etwa ein Viertel mehr Leistung als die Jubilä-Class. Die Lokomotiven kamen nicht nur in Großbritannien zum Einsatz, sondern auch im Übersee. So wurden die Lokomotiven zum einen von den britischen Eisenbahngesellschaften LMS Railways sowie London und Northeastern Railways benutzt, kamen auch zeitweise in den Kriegshandlungen zum Einsatz, aber auch in asiatischen und afrikanischen Ländern. So sind die Lokomotiven im Iran, Palästina, in Ägypten, im Irak sowie in Italien, der Türkei unterwegs gewesen und auch in Israel. Mittlerweile sind auch diese Lokomotiven größtenteils ausgemustert. Die British Railways musterte die Lokomotiven in den Jahren 1960 bis 1968 aus. Es existieren aktuell noch zwölf Exemplare der Lok, zwei davon stehen in der Türkei. Wie auch bekannt wurde, wird das Heizen der Lokomotiven automatisch übernommen im Spiel. Die Transom World 2 Spielenden müssen sich also nur um das Fahren der Lokomotive kümmern, so wie es auch im Vorbild war. Im Vorbild befanden sich ja immer zwei Personen auf der Lokomotive, wovon eine Person das Heizen übernahm und die andere Person das Fahren der Lokomotive. Und auch hier übernehmen die Transom World 2 Spielenden ausschließlich das Fahren. Die Funktion des Heizens soll noch zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert werden. Zumindest arbeitet Entwickler DTG hier aktuell an einer Lösung. Was ist eure Meinung zu den beiden britischen Dampflokomotiven, welche in Spiel World auf Steam enthalten sein werden? Freut ihr euch, dass es sich gleich um zwei Dampflokomotiven handelt? Und welche deutschen Dampflokomotiven sollten eurer Meinung nach noch für Transom World 2 entwickelt werden? Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis dahin fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.